Hey Leute, ich hoffe es geht euch gut. Das wird jetzt hier auch nur ein Info-Video sein. Ich werde erstmal voraussichtlich keine Videos mehr online stellen. Da alles ein bisschen komplizierter bei mir ist und ja, es werden trotzdem noch ziemlich viele Videos folgen, aber erstmal eine Zeitlang Pause. Es kann sein, dass ich in 3-4 Wochen wieder welche hoch stelle, aber auch sein kann, dass ich erstmal gar keine mehr hoch lade. Aber ich bitte trotzdem um euer Verständnis, da private Probleme und so weiter und so fort. Weil wir jetzt zur Zeit sind. Und ja, bislang habe ich ziemlich gute Kommentare unter den ganzen Videos gekriegt. Dafür möchte ich euch nochmal danken. Und ja, abonniert schon weiter. Sobald meine nächsten Videos kommen, werdet ihr die Ersten sein, welche ich das mitkriegen. Und ja, das Video wird zwar nicht ganz lang sein, aber ich werde es mal so sagen, ich habe zwar noch ziemlich viele Pläne an Videos und ja. es ist eine Zeit, wo wie nicht alle, es gibt Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Und daher glaube ich sogar, dass ihr da draußen auch zwischendurch an bestimmte Menschen und sowas denkt oder auch eure eigenen Probleme habt. Ihr müsst darum kämpfen, dass ihr das durchsteht. Und ich werde es jetzt auch erstmal tun. Ihr werdet mich erstmal so wie jetzt erstmal nicht mehr wiedersehen. Da ich um meine Träume und meinen inneren Frieden haben muss, um weiter Videos zu machen. Aber wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Daher könnt ihr trotzdem eure Fragen unter den, in den Kommentaren schreiben. Oder ja, auf Facebook folgen, wie auch immer. Also ich werde alles in die Infobox reinpacken, dass ihr mich erreichen könnt. Und ja. Ich hoffe auf eure Verständnis. Es ist so, dass die Videos bislang alles ausgedrückt haben, wie ich mich fühle und wo ich mich auch für einsetze. Trotzdem hat jeder mal seine eigenen inneren Probleme, wo er mit kämpfen muss. Und daher ziehe ich mich erstmal von YouTube zurück. Ich werde erstmal eine Pause angelegen. Und ja. Aber es ist ziemlich viele Projekte noch geplant. Und ich bin zur Zeit auch nebenbei noch am Drehen für ein Thema. Und ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Weil ich muss erstmal alles sortieren, zusammenschneiden und so weiter und so fort. Ich hoffe jetzt einfach mal auf euer Verständnis, dass erstmal keine Videos mehr kommen. Und ja. Ihr seid die Besten. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sie haben den ersten Tipp. Ok. Wenn meine Zubehörer nicht mehr ist. Für sich dann zu... Ok Wenn meine Zubehörer nicht mehr ist. Einen Dank an muss ich nochmal an die ganzen Leute geben, welche mich immer wieder aufbauen, um weiterzumachen. Großes Dankeschön an die Leute und hiermit verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns auf jeden Fall mal wieder. Und denkt an euch selbst und zieht das durch, was ihr wollt. Das werde ich jetzt auch tun und deswegen mache ich jetzt mal hier einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020